Leute, was geht's zur allerersten Folge Fortnite, WTF-Momente in OG-Fortnite? Nein, wie ist er down gegangen? Vergiss nicht, ein Abo und ein Like da zu lassen und erster Link in der Beschreibung kommt ihr zu meinem Zweitkanal. Da bin ich, lade ich jeden Tag ein neues Video hoch. Da ist gerade auch ein Video mit meiner Freundin online gekommen, wo wir versuchen, zusammen in Unreal-Rank zu kommen. Der Arme ist zu heftig geworden, Digga, nein! Er wurde von drüben gesnipet, der Arme. Boah, das sind die besten Clips. Oha, wie? Er ist nett, aber er hat seine Karte. Junge, hast du kein Headset? No, 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 no. Who are you? Digga, er hat diesen Bug. Er kann einfach durch alles durchrennen. Wer kennt den noch von euch? Das war der heftigste Bug damals. Oh, aua, aua. Das bin ich in No-Build-Cups. Ich sag's euch. Oh, nee, alle drei dead. Oh, nein. Da brauchst du ein Rift in der Hand. Da bringt dir kein Grappler nichts was. Ohne Rift bist du aufgeschmissen. Ich sag's euch, Freunde. Das nervt mich so sehr. Diese Autos geben dir immer so viel Damage. Digga, er hat fliegen gelernt. Nein, er steht vom Fallschaden. Wie viel Pech kann man haben? Sag nicht, er macht den Emote. Er trinkt. Nein. Was? Wie lucky. Und der hat ihm sogar auch den Chuck-Chuck gebracht. Stellt euch vor, er hätte sich schon den Chuck-Chuck gegeben und der andere hätte sich neben ihm den Chuck-Chuck gegeben. Digga, was ist das für ein Facecam? Er spielt einen Wolf und hat einen Wolf als Facecam. Oh nein. Der Arme. Er ist aber Sechster geworden. In Rank. Das ist nicht schlecht. Ui. Das war sogar sein Mate, der 31er. Sogar Deutsche. Der hieß Sieg einfach. Und der andere Golfer, JB. Das sind die No-Skins, wie wir sie kennen. Also, sag mir, dass du No-Skin bist, ohne mir zu sagen, dass du No-Skin bist. So ein Ding ist das. Ey, und soll ich euch einen Fun-Fank verraten? Ich spiele gerade nebenbei einen Cup. Wurde geholt. Och Mann. Aber wie sehen die mich dort? Ja gut. Wurde leider geholt. Wir haben 46 Punkte. Noch drei Games, glaube ich. Aber wir müssen Haiky-Rounds raushauen. Sonst war es das mit den Earnings. Aber für den Hauptkanal muss ich ein Video raushauen. Deswegen, während dem Cup sogar, habe ich mich für euch irgendwo hingecampft. Mein Mate ist eh schon gedeiht. Deswegen war egal. Oh nein. Boah. Das war krass. Das war ehrlich stark. LOL. Der Arme. Aber er hat überlebt. Ui. Ui. Ach, nö. Nein, er hat so verheimt. Das ist das Schlimmste. Das ist das Allerschlimmste, wenn man sich gegenseitig holt. Ich sag's euch. Jo. Jo. Ja, was ist das für eine Sensi? Er hat sein Teammate nach unten gehauen. Ja, aber das ist schon krass. Einfach OG-Fortnite-Momente. Wie im alten Fortnite. Das ist bestimmt jedem von uns schon mal passiert. Aber er hat's überlebt, oder? Ja, leider nicht. Schade. Schade Schokolade. Oh, Backflip. Nein. Beide Snipes geht das. Nicht nur ein. Was war das? Der Brie ist disconnected. Obwohl er der letzte Gegner war. Witzig. Oh, nein. Aber eure Teammates haben eure Karten. Er weiß selber. Er weiß selber, die haben gejoked. Boah, ich hab so Bock später auf den Bound Cup. Davon werdet ihr die Highlights auch wahrscheinlich die Tage sehen. Nein. Ah! Hahaha. Hahaha. Digga, das war so unlucky. Aber wieso? Was passiert jetzt? Er schießt. Mit der AK schießt er zurück. Wer gewinnt? Digga, wie viel er vereimt? Jetzt schießt er auf seinen Kopf auch noch. Nein, oder? Das würde mich so ärgern. Höh! Höh! Was ist jetzt los? Digga, der Blumen manchmal. Der stirbt am Fallschaden, oder? Weiß nicht. Ja. Hahaha. Das ist so oft so. Das sind die schlimmsten Fails. Das ist ein Pro. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Nein. Nein. Der ist da rechts unten. Ich hab ihn erst jetzt gesehen. Ich dachte mir so, hä, wo bist du? Einfach Standardskill Facecam. Das ist OG Fortnite, wie wir es lieben und leben. Hä? Auf einmal im alten Loot Lake. Season 5 war das noch. Also, als ob das so schon fünf Jahre her wäre. Season 5 war das noch. Das ist einfach zwei Wochen her. Digga, er hat fliegen gelernt. Er hat sowas von... Speedermann. Speedermann. Was machst du, Mann? Nein. Nein. Er ist schon stark. Digga, schau mal, wie breit der ist. Oha. Der ist breiter als die Map. Der ist einfach breiter als die Map. Er hat sogar Omega Skin. Hä? Was war seine Mission? Habt ihr gecheckt, was seine Mission war? Ich hab's irgendwie nicht gecheckt. Nein, das ist das Schlimmste. Wenn mir das einmal passieren würde, ich wär so sauer. Das ist... Hä? Hä? Erstmal wer feiert. Den Inventar so... Da musst du aber schnell eine Reaktion sein haben. Bitte spring raus davor. Was machst du? Was machst du? Ey, wenn das mein Teammate machen würde, in einem Cup, ich wär so sauer. Nice. GGs. GGs. Was passiert jetzt? Spielt mit Coden Soul Gamer 1-1-0-2. Oha. Stark, stark, stark. Okay, er baut sich ein. Da ist ne Falle. Oder ne? Hahaha. 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 Unlucky. Ey, das tut mir ja so leid. Das ist Selina. Wenn ihr mit dieser Waffe angeschossen werdet, das ist immer Selina. Zu 90%. Was denkt er sich? Bro, du bist kein OG-Spieler, sonst wüsstest du, dass man da immer an Fallschaden stirbt. Regel Nummer 1. Wasserfälle in OG Fortnite. Wenn du da runterfällst, Todesurteil, wenn du nicht bauen kannst. Nein, er fliegt außerhalb von der Map. Ei, Miguel. Oh, er ist zweiter geworden. Bestimmt. Junge, das tut doch so weh. Katze, Katze. Miau. Uuuh. Er hat überlebt. Hoffentlich hast du ein Rift, sonst war es das mit dir, Minion. Nein. Nein. Hahaha. Nein. Nein. Ich wäre so sauer. Ui. Ich hasse Leute, die snipen in OG Fortnite. Unlucky. Unlucky Minion. Ghoul Trooper. Läuft er in der Falle? Egal, ich hätte mich aber auch so erschrocken. Macht jetzt eigentlich die goldene Spaß? One Pumps oder wie viel Schaden macht sie? Oh. Er wird, er wird so. Ich weiß, was passiert. Äh. Digga, wenn du solche Freunde hast, brauchst du keine Feinde mehr. Was macht der? Einfach selber auch an Falschern gestorben, der 31er. Er sagt ja. Zu was? Oh. Oh. Ich hab die aber auch erst gesehen, als die ihn angeschossen haben. Oh mein Gott. Der hat mich voll erschrocken. Digga, was ist das schon wieder für eine Facecam? Irgendein Köter. Was ist das? Die wollen das, die wollen Fortnite zerstören. Loll. Schaut den Köter rechts unten. Digga, was ist ein Köter? Die tanzen jetzt. Der Köter ist glücklich. Stellt euch vor, da sind dann Gegner. Für sowas kann man bestimmt gebannt werden. Neben meinem Kopf kommt ihr zu den letzten Videos auf meinem Zweck. Vor allem das Rank-Video mit meiner Freundin dazu will. Creator Grauer, danke für den ganzen Support. Ihr seid die Besten und Tschüss.